Peter Altenberg war ein österreichischer Schriftsteller. Sein Pseudonym wählte er nach dem Rufnamen Peter, seiner Jugendliebe Börterlecher, die in Altenberg an der Donau wohnte. Leben und Werk Richard Engländer wurde als Sohn eines jüdischen Kaufmanns geboren. Er studierte erst Jura, dann Medizin, brach die Akademikerlaufbahn aber ab und nahm eine Buchhändlerlehre bei der Hofbuchhandlung Julius Weise in Stuttgart auf. Diese brach er ebenso ab wie einen erneuten Versuch des Jurastudiums. 1895 verfasste er erste literarische Arbeiten, durch den Kontakt mit Karl Kraus kam es ab 1896 zu Veröffentlichungen. Im März bzw. April 1900 trat er aus der israelitischen Religionsgemeinschaft aus, blieb dann zehn Jahre konfessionslos und ließ sich schließlich im Jahr 1910 in der Karlskirche taufen. Sein Taufpate war der Architekt Adolf Loos. Altenberg, der nach einer kurzen Zeit in München wieder nach Wien zurückgekehrt war, war dort schon zu Lebzeiten eine stadtbekannte Figur, um die sich die Legenden rankten. Nach einigen fehlgeschlagenen Versuchen, ein normales Berufsleben zu beginnen, attestierte ihm ein Arzt wegen einer Überempfindlichkeit des Nervensystems die Unfähigkeit, einen Beruf auszuüben. Seither führte er das Leben eines Bohemiens und verbrachte die meiste Zeit in Kaffeehäusern. Von kurzen Eindrücken, flüchtigen Begegnungen und zufällig mitgehörten Gesprächen inspiriert, schrieb Altenberg als Gelegenheitskünstler sogenannte Kaffeehausliteratur. Diese stellte bei ihm eine impressionistische Studie der Gesellschaft und des Lebens der Wiener Moderne dar. Er selbst beschrieb den Prozess der Entstehung dieser Texte in einem Brief an Arthur Schnitzler folgendermaßen, wie schreibe ich denn? Ganz frei, ganz ohne Bedenken. Nie weiß ich mein Thema vorher, nie denke ich nach. Ich nehme Papier und schreibe. Sogar den Titel schreibe ich so hin und hoffe, es wird sich schon etwas machen, was mit dem Titel im Zusammenhang steht. Man muss sich auf sich verlassen, sich nicht Gewalt antun, sich entsetzlich frei ausleben lassen, hinfliegen. Was dabei herauskommt, ist sicher das, was wirklich und tief in mir war. Kommt nichts heraus, so war eben nichts wirklich und tief darin und das macht dann auch nichts. Stilistisch wirken seine Texte oberflächlich, monoton, teilnahms- und bezugslos. Der Autor scheint ausschließlich zu beobachten. Für den Leser lässt sich keine durchgehende Handlung erkennen, weil keine Hauptpersonen vorhanden sind. Auch eine Botschaft sowie Verknüpfungen fehlen. Das Werk Peter Altenbergs besteht ausschließlich aus diesen kurzen Prosa-Texten, die sich nur schwer einer der kanonisierten literarischen Formen zu ordnen lassen. Sie werden meistens als Prosa-Skizzen oder Prosa-Gedichte bezeichnet. Es sind Momentaufnahmen, die in konzentrierter Form das Leben, die Gesellschaft Wiens um die Jahrhundertwende zeigen. Die Kunst Peter Altenbergs besteht darin, mit wenigen literarischen Pinselstrichen ein umfassendes Bild zu schaffen, mit Hilfe von kurzen Andeutungen vor dem Leser, der bereit ist, auch zwischen den Zeilen zu lesen, ein ganzes Panorama der Gesellschaft, ein ganzes Netz von Beziehungen auferstehen zu lassen. Altenberg versucht nicht, das Leben auf einen ideologischen Nenner zu bringen, sondern zeigt es in seiner ganzen Buntheit. Seine oft widersprüchlichen Vielfalt eine wichtige Rolle in seinen Skizzen spielen sinnliche Eindrücke, Farben, Gerüche, Stimmungen. Er gilt als einer der wichtigsten Vertreter des Impressionismus. Auf der anderen Seite sind seine kurzen Texte teilweise auch für die Bühne geeignet, so trug etwa einer seiner Freunde, Der Schriftsteller Egon Friedel, der auch als Kabarettist und Konferentier tätig war, immer wieder auch Texte Altenbergs öffentlich vor. Teile aus Friedels Gesprächen mit Altenberg erschienen späterhin als Anekdoten, für die allerdings Friedel als Verfasser verantwortlich zeichnete. Einige seiner Texte wurden von Alban Berg vertont. Das kurze Stück »Masken« widmete er Josef Hoffmann. Es wurde 1907 im Kabarett »Fledermaus« aufgeführt und zwar mit Szenen und Kostümentwürfen von Karl Lotto Czeschka. Trotz Erfolges blieb Altenberg von Spenden abhängig, zu denen seine Freunde, darunter Karl Krauss und Adolf Floss, aufriefen. Seine letzten sechs Lebensjahre wohnte er in einem Zimmer im Hotelgraben in der Dorotheergasse. Nachdem er in den letzten zehn Lebensjahren häufig in Alkoholentzugs- und Nervenheilanstalten gewesen war, starb er am Vormittag des 8. Jänner 1919 an der 3. Medizinischen Klinik des Wiener Allgemeinkrankenhauses. Er wurde am 11. Jänner 1919 auf dem Wiener Zentralfriedhof in einem Ehrengrab bestattet. Karl Krauss schloss seine Grabrede mit den Worten »Wer der Nachkommen schafft, die dich verkennt«. Im Jahr 1929 wurde in Wien-Döbling die Peter-Altenberg-Gasse nach ihm benannt. Werke Peter Altenberg, wie ich es sehe S. Fischer, Berlin 1896 Peter Altenberg, Burkhard Spinnen, wie ich es sehe Manesse, Zürich 2007 ISBN 9783717521280 Punkt. Aschentie, S. Fischer, Berlin 1897, Lecker, Fien 2008, ISBN 9783854094609 Was der Tag mir zuträgt 55 neue Studien S. Fischer, Berlin 1901 S. Fischer, Berlin 1906 S. Fischer, Berlin 1913, Ferm A. E. B. D. 1919 Fexung S. Fischer, Berlin 1915 Nachfexung S. Fischer, Berlin 1916 Vita Ipsa S. Fischer, Berlin 1918 Mein Lebensabend S. Fischer, Berlin 1916 Der Nachlass von Peter Altenberg Zusammengestellt von Alfred Polgar S. Fischer, Berlin 1925 Peter Altenberg Auswahl von Karl Kraus Herausgegeben von Sigismund von Radecki Atlantis, Zürich 1963 Das Buch der Bücher von Peter Altenberg Zusammengestellt von Karl Kraus Drei Bände Wallstein, Göttingen 2009 ISBN 97838353-0409-3 Die Selbsterfindung eines Dichters Briefe und Dokumente 1892-1896 HSG und mit einem Nachwort von Leo A. Lensing Wallstein, Göttingen 2009 ISBN 97838353-0552-6 Vertonungen Alban Berg Aus den Jugendliedern für Singstimme und Klavier Traurigkeit Hoffnung Flötenspielerin Alban Berg Fünf Orchesterlieder nach Ansichtskarten Texten von Peter Altenberg Erste Seele Wie bist du schöner, tiefer, nach Schneestürmen Zweite Sahst du nach dem Gewitterregen den Wald Drei Über die Grenzen des Alp legtest du sinnend hinaus Vierte Nichts ist gekommen Nichts wird kommen für meine Seele Fünf Hier ist Friede Hier weine ich mich aus über alles Hans Eisler Und endlich Konrad Scherber Vision Neuromantik Vorgetragen im Kabarett Flederm aus von Lina Fetter los Scherber 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 Scherber